So langes Video, in dem ich jetzt auf Kielraum besser geworden bin, ist glaube ich irgendwie nicht aufgenommen worden, also wurde wohl gelöscht, tut mir leid, deswegen schon mal. Ja, mir wisst ihr was, ich bin erst jetzt und ihr könnt euch schon am Freitag auf Resident Evil Revelations 2 freuen, also Resident Evil Revelations ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Video, bis heute, ciao.